So Leute, ich habe eine gute Neuigkeit und ich habe eine gute Neuigkeit. Wie ihr es wahrscheinlich schon bei Julian gesehen habt, ich habe die Wette für mich entschieden. Ich habe den Flug nach Saint-Tropez gewonnen, bzw. den Tritt nach Saint-Tropez. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, es war voll easy. Keiner hat an mich geglaubt, aber ich habe es trotzdem hinbekommen. Ich meine, guck mal, ich habe jetzt einen krassen Körper, bzw. ein krasses Sixpack, das ich auch erreichen sollte. Und ja, eigentlich geht es mir super. Ich meine, ich habe jetzt die ganze Zeit auf Alkohol verzichtet, das war auch so gar kein Problem. Ich war jetzt auch die ganze Zeit nicht mehr feiern. Und so, das hat mir auch eigentlich, das hat mir eigentlich auch so ganz gut getan. Aber, äh, ja, weil ich jetzt halt nach Saint-Tropez fliege, ist halt, das war halt so alles gar kein Problem. Und, äh... Ist alles okay? Ja, 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 warte mal kurz, weil ich muss mich kurz, äh, in den Griff bekommen. Weil, du weißt ja, wo wir jetzt gerade hier vorbeilaufen, ne? Ne? Mann, Dicker, hier ist doch das Pearl. Ich war doch jetzt die ganze Zeit nicht im Pearl, Dicker, weißt du, was ich alles verpasst habe? Ja, das war wie ein Zuhause für mich. Ich bin da immer runtergelaufen und da waren immer diese ganzen hübschen Mädels, ey, weiß, was ich in diesen sechs Wochen alles verpasst habe. Also, guck mal, wie das drin aussieht, guck dir mal dieses Ambiente an. Und ich war jetzt sechs Wochen nicht da. Und das Pearl hat montags, donnerstags, samstags und freitags offen. Vier Wochen, viermal in der Woche. Und rechnet es mal auf sechs Wochen hoch. Guck mal, wie viele Tage ich verpasst habe. Aber, ey, weißt du was? Dafür, das zahle ich Julian Heim, ey. Ey, er hat jetzt hoffentlich schon die Business-Flüge gebucht, weil ich will auf jeden Fall Business fliegen. Das habe ich ihm auch ganz deutlich gesagt. Und, ey, das war so hart für mich hier das Ganze. Und ich will das nicht alles umsonst gemacht haben. Und deswegen, ich werde die Sache richtig schlau angehen. Hier saß ich auch schon relativ oft, als ich betrunken war und nicht mehr auf meinen Nähen klarkam. Und das hat hier eine sehr gute, sehr krasse Bedeutung für mich. Und, ey, ihr merkt, wie ich gerade rede, ich bin voll aufgeregt. Aber, ey, ich habe einen Plan. Also, einen Tag bevor wir fliegen, also wir fliegen Freitag los, werde ich nichts mehr essen und trinken. Weil ich ganz genau weiß, in St. Tropez ist alles fünfmal so teuer. Und, ähm, ja, das habe ich mir auf jeden Fall schon mal überlegt. Und, ähm, ja, wie gesagt, Business-Flüge. Und wenn ich dann in St. Tropez ankomme, also man kann da nicht so leicht hinfliegen. Ich habe nämlich mitbekommen, dass man von Berlin nur einen Flug nach Nizza bekommt. Und von Nizza kann man dann einen Helikopter anheuern, dass der dich nach St. Tropez bringt. Und genau das will ich auch machen. Also, ähm, das werde ich jetzt auch nochmal Julian sagen, dass ich mit einem Helikopter in St. Tropez einfliegen will. Und, ähm, ja, was möchte ich noch? Also, ich möchte natürlich, ähm, immer Dom Perignon-Flaschen haben, schon beim Niki Beach. Danach im Opera und danach in diesem VIP-Room. Und, ähm, ich habe gehört, da sind die Flaschen dann richtig teuer. Also, werde ich sozusagen, ähm, alles wieder ausgleichen, was ich im Peril verpasst habe. Und, ähm, ja, wir machen da jetzt zwar nur eine Nacht, also wir feiern jetzt nur in meinen Geburtstag rein. Aber wir haben ungefähr zwei volle Tage. Und diese zwei volle Tage werde ich auseinandernehmen. Achso, ey, Leute, bevor ich es vergesse, wenn ihr dieses Video hier seht, ähm, werde ich wahrscheinlich soeben in St. Tropez angekommen sein. Und das heißt, wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, solltet ihr das schnellstmöglich tun, weil ich werde die ganze Reise auf meiner Instagram-Story dokumentieren. Ich werde die Ankunft dokumentieren, das Hotel, das Essen, ähm, die Frauen und, äh, den Alkohol natürlich. Also, ey, folgt mir auf Instagram, checkt meine Storys ab, äh, ihr solltet es nicht verpassen. Ich habe es mir verdient, ich werde es genießen und ich hoffe, ihr genießt mit mir.